Herzlich willkommen zu den Brandenburg News. In unserem ersten Beitrag stellen wir Ihnen die neue Notrutsche aus der Test- und Innovationsschmiede Cottbus Senftenberg vor. Um allen Sicherheitsstandards gerecht zu werden, muss noch die Rutschkraft bestimmt werden. Dazu klären wir heute folgende Fragen. Wie wird eine Kraft grafisch in zwei Komponenten zerlegt? Und wie werden diese bestimmt? Über die genauen Einzelheiten informiert Sie nun unsere Außenkorrespondentin Rita Rapporta direkt vom Ort des Geschehens. Danke und einen schönen guten Tag aus der Lausitz. Ich stehe hier live im Testcenter der BTU, wo die neue Notrutsche in wenigen Stunden der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Wir haben schon einmal vorab mit den MacherInnen gesprochen und ein paar exklusive Einblicke erhalten. Das Besondere der Rutsche ist, dass sie sich selbst aufbläst, in jede Handtasche passt und auch mit Absatzschuhen nutzbar ist. Nun steht nur noch die Berechnung der Hangabtriebskraft aus. Damit soll sichergestellt werden, dass die zu evakuierenden Menschen nicht zu schnell herunterrutschen. Für diese Berechnung wird der Moment unter die Lupe genommen, in dem sich die Testperson im Rutschvorgang befindet. Dazu wird ein stark vereinfachtes Modell der Rutsche skizziert. Außerdem gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass die Person die Rutsche reibungsfrei herunterrutscht. Das schwarze Rechteck steht für den Testdummy. Die schiefe Ebene mit einem Winkel Alpha von 39 Grad symbolisiert die Notrutsche. Der Testdummy hat eine Gewichtskraft von 750 Newton. Gesucht ist die Hangabtriebskraft FH, die schräg nach unten, also zum Ende der Rutsche hinwirkt. Sie beschleunigt den Körper hangabwärts. Um zu bestimmen, welche Kraft durch den Dummy auf die Rutsche wirkt, kann zudem auch noch die Normalkraft bestimmt werden. Die Normalkraft FN ist die Kraft, die senkrecht auf ihre Unterlage wirkt, also senkrecht zur Notrutsche. Die Hangabtriebskraft FH und die Normalkraft FN stehen damit in einem rechten Winkel zueinander. Wie das möglich ist, dass die Normalkraft eingezeichnet wird und damit die gesuchte Hangabtriebskraft bestimmt werden kann? Da lieferten die Cambridger Schriften von Isaac Newton wichtige Erkenntnisse. Die beschreiben das Phänomen nämlich so, dass die Gewichtskraft des Testdummys auf die Umgebung wirkt. Diese führt zum einen zu einer Beschleunigung des Körpers, die durch die Hangabtriebskraft beschrieben wird, und zum anderen zu einer Beanspruchung auf die Rutsche, die durch die Normalkraft beschrieben wird. Nochmal kurz zusammengefasst. Kräfte können in zwei Komponenten aufgeteilt werden. An der schiefen Ebene wird zum Beispiel die Gewichtskraft in die Hangabtriebskraft und die Normalkraft zerlegt. Die Hangabtriebskraft wirkt parallel zur schiefen Ebene und die Normalkraft senkrecht zur schiefen Ebene. Um die Kraftkomponenten grafisch zu bestimmen, werden ein Koordinatensystem und ein Maßstab zur Hand genommen. Hier entspricht eine Längeneinheit gleich 187,5 Newton. Der Koordinatenursprung liegt im Schwerpunkt des Rechtecks. Das ist der Punkt, wo sich auch die drei Kräfte schneiden. Zur Vereinfachung der Berechnungen wird das Koordinatensystem gedreht. Dadurch liegt die Hangabtriebskraft FH auf der X-Achse und die Normalkraft FN auf der Y-Achse. Aufgrund von Winkelbeziehungen, die werden übrigens in dem Beitrag zum rechtwinkligen Dreieck geklärt, ist der Winkel zwischen der Gewichtskraft FG und der Normalkraft FN ebenfalls 39 Grad. Im nächsten Schritt wird der Endpunkt des Kraftpfeils für die Gewichtskraft FG eingezeichnet. Von diesem Punkt aus wird nun das Lot auf die Koordinatenachsen gefällt. Et voila! Und schon können die Kraftkomponentenpfeile gezeichnet werden, und zwar vom Koordinatenursprung hin zu den neuen Schnittpunkten auf den Koordinatenachsen. Die Längen der Kraftkomponentenpfeile werden nun an den Koordinatenachsen abgelesen. Die Länge für die Normalkraft FN beträgt 3,1 Längeneinheiten und für die Hangabtriebskraft FH 2,5 Längeneinheiten. Jetzt rechnen wir das Ganze noch zurück, damit wir die eigentlichen Kraftbeträge erhalten. Zunächst für die Hangabtriebskraft FH. Eine Längeneinheit entspricht ja 187,5 Newton. Der Kraftkomponentenpfeil von der Hangabtriebskraft FH ist dementsprechend 2,5 Längeneinheiten lang. Multipliziert mit 187,5 Newton ergibt das eine Hangabtriebskraft von 468,8 Newton. Mit dieser Kraft wird der Testdummy die Rutsche herunter beschleunigt. Jetzt machen wir das Ganze noch für die Normalkraft FN. Der Kraftkomponentenpfeil von der Normalkraft FN ist 3,1 Längeneinheiten lang. Multipliziert mit 187,5 Newton ergibt das eine Normalkraft von 581,3 Newton. Mit dieser Kraft wirkt der Dummy auf die Rutsche. Gut, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Um die Hangabtriebskraft zu ermitteln, muss zuerst ein Koordinatensystem angelegt und gegebenenfalls gedreht werden. Dann wird das Lot gefällt, die Längen der Pfeile abgemessen und eingezeichnet und dann können schließlich über den Maßstab die Werte zurückgerechnet werden. Allein schon dieses triviale Beispiel zeigt die Relevanz der Technik und Methodik. Aber bevor die Rutsche in Notfallsituationen zum Einsatz kommt, testet nun erst mal das Team. Ein wichtiger Schritt zur Rettung von Menschen in Not ist also getan. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Rita Rapporta. Wie Sie sehen, sind die aktuellen Entwicklungen höchst spannend, aber auch höchst komplex. Deshalb haben wir Ihnen nochmal die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Kräfte können in der Ebene in zwei Komponenten zerlegt werden. Achtung, im Raum sind es drei. Für diese Form der grafischen Kraftzerlegung werden neben dem Maßstab und dem Koordinatensystem auch das Lotfällen eines Punktes auf die Achsen genutzt. Durch das Einzeichnen und Ablesen der Länge des Kraftkomponentenpfeils und der Umrechnung mit dem Maßstab werden die Kraftkomponenten schließlich bestimmt. Und nun weiter zu einem Spezial über den letzten Baumkuchen. Wie sich die ökologischen Krisen auf die hiesige Wirtschaft auswirken.